Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Mörd für Medizin. Ich freue mich total, dass neben mir Ingo Greff sitzt. Er ist Leiter der klinischen Akut- und Notfallmedizin an der Uniklinik Bonn. Also eine relevante Position, würde ich fast sagen. Aber neben der Position ist er auch einer, der wissenschaftlich mit der Notfallmedizin sich sehr beschäftigt und der in letzter Zeit ein Vorreiter im Bereich der Übergabe war. Ingo, schön, dass du da bist. Ja, ich bedanke mich auch. Ich freue mich wirklich auch sehr, jetzt dem Publikum sozusagen ein bisschen was vielleicht zur Übergabe erzählen zu dürfen mit dir zusammen. Ja, und das Spannende ist, die Übergabe ist ja was, was man so, wenn man Notfallmedizin lernt irgendwie, das geht so ein bisschen unter ferner Lieven, habe ich häufig das Gefühl, ABC ist wichtig und Themenkommunikation intern und dann irgendwann hat man den Patienten stabilisiert und dann wirft man ihn ab und, aber ich meine, ganz häufig gehen da Informationen verloren. Das funktioniert nicht so toll. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, wie kamst du überhaupt Thema Übergabe? Was war das so dein, warum ist das interessant für dich? Naja, insofern ist das für mich interessant gewesen, weil ich zwei Seiten kenne. Ich kenne auf der einen Seite als Leiter der klinischen Akku- und Notfallmedizin die täglichen Übergaben, die wir mehrfach am Tag bekommen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich auch noch sozusagen als Notarzt in der Luftrettung tätig und muss selber auch Patienten übergeben. Und das war so ein bisschen der Initialfunke, um sich mal etwas detaillierter mit dem Thema Übergabe an der Nahtstelle Rettungsdienst zur zentralen Notaufnahme zu beschäftigen. Wie du schon sagst, man erlebt es ja dann die spannendsten Sachen in allen, also als Übergebender, aber auch als jemand, der die Übergabe bekommt. Und was persönlich für mich immer so die schwierigsten Situationen sind, sind häufig die Übergaben auf Intensivstationen. Das ist ja auch nochmal irgendwie was, wo man sagt, dann übergebe ich jetzt was und wie läuft das? Jetzt könnte man sagen, okay, es gibt ja irgendwie Akronyme und so weiter, aber was sagt denn eigentlich, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Bringt Übergabe was, bringt ein Schema da was oder ist das alles nur irgendwie das nächste lustige Konzept? Nee, ganz und gar nicht. Also die Übergabe ist wirklich ein extrem vulnerabler Bereich. Das fängt schon damit an, dass da unterschiedliche Blickwinkel, Ansprüche und Perspektiven aufeinandertreffen. Also der Rettungsdienst hat andere Ansprüche, Vorstellungen zum Thema Übergabe. Das geht so ein bisschen auch in Wertschätzung. Die Mitarbeiter der zentralen Notaufnahmen haben vielleicht einen etwas anderen Fokus. Die wollen schnell weiterkommen. Die wollen fokussiert, konzentriert Übergabeinformationen haben. Dann das Ganze, Martin, wie du selber weißt, findet in einem extrem vulnerablen Umfeld statt, mit einer hohen Dynamik, mit einer lauten Geräuschkulisse, das zum einen. Und wir haben auch gute Daten, die zeigen zum Beispiel, je komplexer die Übergabe, desto mehr Information geht verloren. Und wenn man sich Daten aus Amerika ansieht, das ist ganz interessant. Und in Bezug auf abgeschlossene Behandlungsfälle, dann sehen wir, dass 24 Prozent deswegen zustande kommen, weil die Übergabe qualitativ schlecht gewesen ist. Und konsekutiv dadurch dann halt eben verzögerte Diagnostik, verzögerte Therapie erst dann initiiert worden sind. Und alles das zusammen sieht man, jetzt ist halt nun mal die Kommunikation das Basisbestandteil der Übergabe und es fehlt halt einfach an der Standardisierung. Und die Standardisierung alleine würde sicherlich dazu beitragen, dass die Patientensicherheit erhöht wird und sicherlich auch, dass das Outcome der Patienten besser werden wird. Und deswegen sind wir so auch maximal interessiert an diesem Thema Übergabe. Aber das ist schön, wie du das sagst. Ich finde nämlich auch, dass die Übergabe ja eigentlich ein Teil der Behandlung ist. Also da ist ja nicht die Behandlung zu Ende, dann gibt man irgendwo eine Karte ab und legt irgendwo einen Zettel hin, sondern es ist ja Teil der guten Versorgung irgendwie in beiden Bereichen. Das ist ganz wichtig. Und an dieser Stelle würde ich ganz gerne vielleicht eine ganz kurze Metapher ins Spiel bringen. Sehr gern. Nimm den Elfmeter. Du hast in der Regel nur eine Chance, den Ball im Tor zu platzieren. Und diese Metapher, die nehme ich genauso auf wie die Übergabe. Oder eine andere Metapher wäre, nimm den Staffelstapler. Wenn dir beim Staffelstapler auf der Staffelschab runterfällt, dann ist das Rennen in aller Wahrscheinlichkeit nach für dich verloren. Du wirst nicht mehr Erster werden können. Und das ist die Übertragung. Wenn du eine schlechte Übergabequalität hast, dann hängst du immer hinterher und dann ist auch schwierig, also mit allen wissenschaftlichen Aspekten, die ich gerade dargestellt habe, die dann wieder zu kompensieren. Das heißt, du hast mich überzeugt, ausgezeichnet. Übergabe ist wichtig. Und in der Notaufnahme oder in der Notfallmedizin, gar nicht nur in der Notaufnahme, in der klinischen Notfallmedizin, präklinisch, egal wo, sind so Merkhilfen, sind so Hilfssprüche vom ABC angefangen, total hilfreich uns zu fokussieren. Ihr habt jetzt ein neues Schema entwickelt. Der Titel des Videos heißt schon so, Sinnhaft, ein sinnhaftes Konzept. Jetzt würde mich aber, bevor wir da drauf eingehen, was das genau ist, noch zwei Sachen interessieren, zwei kritische Nachfragen. Erstens, habt ihr euch das einfach nur ausgedacht, weil es ganz cool klingt. Und zweitens, warum nehmt ihr nicht Esbar, Isbar, Isobar, was auch immer, Altmist, was es mal so gibt? So, meine kritischen Fragen. Die finde ich gar nicht kritisch. Die finde ich sogar sehr gut, ehrlich gesagt. Und da muss man sich so ein bisschen die Historie ansehen. Also ich hatte ja berichtet, dass ich täglich auch mit Übergaben aus unterschiedlichem Blickwinkel konfrontiert bin. Und das war der Einstieg für uns ins Thema. Wir haben angefangen mit einer Übersichtsarbeit, wo wir mal geguckt haben, was gibt es denn so zu dem Thema Übergabe. Und das war dann für uns die Triebfeder, weil wir gar nicht richtiges herausarbeiten. Also wir konnten kein Schema finden in der Literatur, was wirklich jetzt überzeugend ist sozusagen halt. Und sind dann eingestiegen, indem ich gesagt habe, wir brauchen jetzt Experten am runden Tisch. Und haben dann sozusagen ein Konsensuspapier entwickelt mit 15 Empfehlungen, mit Mandatsträgern, aus allen Begruppen, vom Rettungsdienst, vom Aktionsbündnis Patientensicherheit, die Pflege war mit dabei, ganzen Hilfsorganisationen, Freiwillige, Feuerwehr, Luftrettung und so weiter und so fort. Und haben aber ganz bewusst, und es ist wichtig in diesem Konsensuspapier darauf, bewusst verzichtet, eine Merkhilfe zu empfehlen. Warum? Weil wir den Anspruch hatten zu diesem Zeitpunkt schon, wir wollen eine Merkhilfe entwickeln mit einem möglichst großen wissenschaftlichen Rückgrat. Und vor allen Dingen, die auch genau passend ist für diese Nahtstelle Rettungsdienstzentrale Notoffen. Und dann war es klar, wenn wir die dort bewusst ausgespart haben, dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt dann einen Delphi-Prozess. Das war unser Prozess, den wir dann gemacht haben, und zwar angelehnt an die AWMF-Kriterien, also an Kriterien von unseren Leitlinien, wie man weiß. Und haben dort dann gesagt, okay, wir erweitern den Kreis. Wir waren 54 Mandatsträger, weil wir die ganzen Fachgesellschaften noch mit an den Tisch geholt haben. Und daraus sind dann sozusagen die Übergabeinhalte konsentiert worden. Also auf deine Frage, habe ich mir nicht ausgedacht, ist wissenschaftlich hergeleitet worden. Und das war dann sozusagen die Quelle, um sinnhaft zu entwickeln. Und dadurch sind dann die einzelnen Teilaspekte von dem Akronym sinnhaft entstanden. Jetzt bin ich und sind wahrscheinlich alle anderen auch gespannt. Was sagen die einzelnen Buchstaben? Was ist eine sinnhafte Übergabe? Eine sinnhafte Übergabe? Also zunächst mal vielleicht nochmal, was uns wichtig war in dieser Entwicklung auch, dass die CRM-Prinzipien fester Bestandteil sind der Merkhilfe. Und dadurch unterscheidet sie sich auch schon von anderen Merkhilfen. Merkhilfen. Und das S von sinnhaft steht für Start. Und Start bedeutet, dass man dann halt eben schaut, ist der Patient soweit stabil? Also im Sinne der Five Seconds-Round, lässt es überhaupt eine Übergabe zu? Dann haben wir unter Start konsentiert, also in dem Teilaspekt Start, Ruhe bei der Übergabe, keine Manipulation am Patienten. Und du kennst das, wenn einer durchaus gut gemeint anfängt, die erste EKG-Elektrode zu machen, dann kommt der Herdentrieb und alles andere. Und das ist das, was wir nicht wollen halt eben. Deswegen Start heißt, okay, jetzt, das ist das Signal, die Übergabe beginnt jetzt. Dann fängt auch die Zeit mit anzulaufen, nachdem wir vorher überprüft haben, ist der Patient soweit stabil? Ja, und dann kommt das I. Ja, das wäre die Identifikation. Und auch daher möchte ich sagen, dass genau das auch in diesem DELFI-Prozess konsentiert worden ist. Beispiel, es war die Frage, Geburtsdatum oder Alter? Spannende Frage. Das ist rausgekommen. Wir konzentrieren uns auf das Geschlecht, also beispielsweise Herr Müller, 56 Jahre alt. Wir sagen nicht das Geburtsdatum. Wir wollen da nicht mehr rechnen. Rechnen muss dann das zuführende Rettungsdienstpersonal vorher sozusagen. Ja, und so geht es dann halt eben von Teilaspekt zu Teilaspekt weiter. Das sind übrigens wichtige Informationen von Teilaspekt zu Teilaspekt. Wir haben dann auch in dem Übersetzungsprozess von den konsentrierten Übergabeinhalten zur Merkhilfe sinnhaft selber die Kommunikationspsychologen noch eingebunden. Und deswegen kündigen wir jeden Teilaspekt an. Das heißt also, Start. Das wäre dann von dem Teamleader oder Schockraumleader oder von der Notaufnahmekraft der Notfallpflege, die sagt dann, okay, Start. Dann weiß man, okay, jetzt beginnt es. Dann würde das zuführende Rettungsdienstpersonal sagen, so, Identifikation, Herr Mayer, 56 Jahre alt. Und so geht das weiter. Also jeder Teilaspekt wird angekündigt, damit man weiß, okay, wir rutschen jetzt in sinnhaft eine Etage weiter, noch eine Etage weiter, noch eine Etage. Wo ist man jetzt quasi? Wo ist man, genau. Okay. Dann würde ich sagen, geht es weiter mit NN. Ja, also Identifikation haben wir genau. Dann sozusagen Notfallereignis. Da tauchen unsere W-Fragen auf. Also was ist passiert? Was ist das Leitsymptom? Was ist das führende Symptom? Wie ist es passiert? Wo ist es passiert? Und optional hat gegebenenfalls auch noch one. Manchmal macht auch der zeitliche Faktor beim septischen Patienten vielleicht auch eine Rolle. Oder nehmen wir den polytraumatisierten Patienten. Wie lange ist der jetzt präklinisch eingeklemmt gewesen? Okay. Das Notfallereignis, wer macht es hin? Also wer ist es? Was ist passiert so? Genau. Und jetzt kommt die Notfallpriorität. Das wäre das Nächste. Und da merkt man auch, dass es durchaus wichtig ist, dass die Integration von unseren prioritätenorientierten oder problemorientierten Abarbeiten, das ist ein gängiges Schema, das ist vollkommen etabliert und somit natürlich hat es auch Einzug gehalten, sinnhaft. Und dann kommen jetzt unsere ABCDE-Probleme. Und da kommt die nächste Besonderheit, die wie gesagt nochmal konsentriert worden ist. Das heißt, wir sagen nicht die ganzen Probleme, also ABCDE hintereinander, sondern wir sagen, wenn ein A-Problem vorgelegen hat, direkt auch die Handlung, die gefolgt ist. Das ist dieser Knoten, der sinnhaft dabei ist. Also die feste Verknüpfung von Notfallpriorität mit der Handlung. Weil es einfach auch kognitiv besser ist, erst mal zu sagen, okay, was war das Problem und was habe ich gemacht dann im Anschluss. Und so zieht sich das weiter durch. Eine Detailfrage, weil ich finde es manchmal bei den Übergaben so fast ein bisschen anders, anstrengend, aber musst du mir sagen, sagen die dann alles, was kein Problem ist oder sagen die nur Probleme? Also das Beispiel, sage ich, kein A, kein B, kein C, kein D-Problem, A war ein E-Problem oder sagt er dann nur E-Problem mit dem und dem? Wir würden schon auch sagen, einfach um dieses ABCDE-Schema auch sozusagen strukturiert abzuarbeiten, kein A-B-D-Problem, aber ein E-Problem. Oder A und B unauffällig, aber existierendes C-Problem, Hypotension beim hämorrhagischen Schock, dann kommt danach direkt die Handlung, Anlage von zwei Orangen-Vigos, Infusion von 500 Milliliter, Vollelektrolyt-Lösung, daraufhin Stabilisierung des Blutdrucks. Auch hier sowas, dass ich weiß gleich, ist das C-Problem behoben oder kommunizierend stabilisiert? Oder ist das so, es gibt ja auch die Sachen, wir konnten nur so weit handeln, das ist noch immer ein akutes Problem, so ungefähr. Genau, so ist es. Und dann sind wir eigentlich auch schon in der Anamnese. Also wir sind jetzt bei dem A von Sinnhaft und da haben wir, ja man könnte schon sagen, angelehnt an das Sampler-Schema, aber jetzt kommt wieder dieser Aspekt, wir haben jetzt nicht einfach das Sampler-Schema übernommen, wir haben das auch in diesen Konsentierungsprozess gegeben. Und was ist runtergefallen? Also es hat keinen Konsens gefunden, es ist die letzte Mahlzeit. Und da stehe ich auch persönlich dahinter, hat aber auch jetzt keinen Konsens gefunden und deswegen interessiert bei Sinnhaft jetzt in dem Fall die letzte Mahlzeit nicht. Okay. Jetzt Anamnese und was ist passiert, da finde ich manchmal bei den Übergaben, manche Leute erzählen gern so beim Unfallereignis oder Notfallereignis eine relativ lange Anamnese, die anderen machen es quasi ganz, ganz kurz. So wie ich das da raushöre, vorher ganz kurz und danach ein bisschen ausführen, was dazu geführt hat. Und das macht auch wiederum kognitiv Sinn, sich erstmal, es muss das Wesentliche rüberkommen am Anfang. Deswegen orientiert an den W-Fragen und wir bauen ja schon auch ein bisschen Spielraum nachher ein, Soziales und Besonderes, da gibt es ja nochmal was halt. Aber wie gesagt, über die Allergie, über die Vormedikation, über die Medikamente, die der Patient nimmt, die Vorerkrankungen, und dann halt eben auch noch ganz wichtig, Besonderheiten Soziales, sei es die Verweigerung von Blutprodukten oder sei es eine Patientenverfügung oder DNA oder die, das gehört genau an diese Stelle rein da. Okay. Und dann kommen wir schon langsam auf die Zielgerade, oder? Ja, wir kommen auf die Zielgerade. Jetzt kommen wir zum Fazit. Und da gibt es auch nochmal, so wie ich finde, eine Besonderheit, wenn es darum geht, also wir sind jetzt im Themenkomplex Closed-Loop-Kommunikation. Wir wollen schon auch überprüfen, ob das, was uns gesendet worden ist, bei mir auch richtig empfangen wurde. Und deswegen rekapitulieren wir das. Aber natürlich nicht die komplette Latte, sondern was wir nicht machen, ist, wir wiederholen nicht die Vitalparameter, weil wir das aufnehmende Team, die aufnehmende Pflegekraft, nicht in einen Framing-Effekt reinbringen, also in Sicherheit wiegen wollen. Kann ja sein, dass während des Ausladungsprozesses oder auch auf der Fahrt sich durchaus die Vitalparameter wieder verschlechtert haben. Und unser Arbeitsauftrag, Martin, ist es, den Patienten, egal ob Trauma oder Nicht-Trauma, strukturiert zu re-evaluieren mit aktuellen Vitalparameter. Das Gleiche gilt für die Handlung, auch ganz interessanter Aspekt. Mag sein, Spannungspläume Torx auf der Straße, Torx-Drainage ist gelegt, Situation hat sich hemodynamisch verbessert, heißt aber nicht, dass es jetzt immer noch so ist. Das heißt also, wir wiederholen auch nicht jetzt sozusagen, dass die Wirkung der Handlung, die das präklinische Team durchgeführt hat, das gehört auch in die Re-evaluation. Das ist unser Arbeitsauftrag, den Patienten dann neu strukturiert zu re-evaluieren. Nach der Übergabe. Ja, ganz genau halt. Für mich im Fazit, wiederhole ich jetzt als Schockraum-Teamleader zum Beispiel, wiederhole nochmal ganz fokussiert Identifikation, das, was die Notfallpriorität und die Handlung, aber du verzichtest auf die Wiederholung der Vitalparameter und auf die Wirkung der durchgeführten Maßnahmen, weil jetzt sind wir dran dann gleich. Würde ich dann auch nochmal so ganz wichtige Anamnese-Aspekte, zum Beispiel, keine Ahnung, die Allergie gegen Tropopholen, also ganz hochprioritäre Sachen dann nochmal rauspicken, die ich betone, und will, dass ich sie wirklich verstanden habe. Also eher passend. Haben wir es nicht konsentiert? Ja, jetzt muss ich, ich muss dir diese Frage so beantworten halt, ja, dementsprechend. Aber nochmal, wir sind ja schon happy, wenn wir sinnhaft als roten Faden nehmen. Ja, ich glaube, man darf nicht so aprodiktisch sein, wenn der Kollege den Eindruck hat, das jetzt an dieser Stelle nochmal pointiert, zu wiederholen, weil es was ganz Besonderes ist, dann ist das auch in Ordnung. Aber auf der anderen Seite sollte man versuchen, halt eben diesen Prozess zu standardisieren und sollte sich dann schon auch an sinnhaft halten. Ja, ja, das kann man verstehen, denke ich. Okay, und jetzt ist das Fazit rum. Ja, jetzt kommen die Teamfragen. Das ist aber, Teamfragen kommen zum Schluss, ja, weil wir davon ausgehen, wenn wirklich vorher so strukturiert alles abgearbeitet worden ist, wenn die Teilaspekte so strukturiert wiedergegeben worden sind, dass dann eigentlich faktisch gar keine Teamfrage mehr übrig ist. Aber durchaus wollen wir natürlich den anwesenden Teammitgliedern noch die Möglichkeit einräumen, essenzielle Teamfragen zu stellen. Und das ist dann quasi ans übernehmende Team, ne? Fragen aus dem übernehmenden Team. Ja, genau. Also nach dem Motto, gibt es aus dem aufnehmenden Team noch Fragen? Ja, und wenn ja, okay, dann bitte jetzt. Dann ist das beendet und dann würde man sagen, okay, und jetzt würden wir umlagern. Genau, dann bitte Übergabe jetzt und dann, genau, dann wäre das der Punkt, wo wir jetzt dann auch ja, unseren Job machen müssen. Dann, genau, dann geht es jetzt, dann geht es jetzt richtig los. Ingo, ich muss ehrlich sagen, ich bin ja ein bisschen, ich lebe in zwei Welten, ich mag Akronyme gern und andererseits denke ich mir, ach, es kommt wieder was und wieder was und wieder was. Aber ehrlich, ich finde das Sinnhaft-Schema sinnhaft, ha, ha, ha. Ich finde das auch, ich finde das inhaltlich gut. Mir gefällt auch das mit dem Staat und mit diesen, diese, diese CAM-Aspekte, weil die einfach, wenn ich das Gefühl habe, anders als, als so diese generellen Übergabeschema da, das passt besser in unseren Arbeits, in unsere Arbeitsumgebung und, und so wie wir agieren. Und ich möchte es jetzt auch für mich, zumindestens mich bemühen, das, das Stück für Stück selber einzufordern, aber vielleicht auch selber, selber zu nutzen. Mal schauen, wie ich da, wie ich da so durchkomme. jetzt Abschlussfrage, wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt habt ihr das publiziert, es gibt diese Konsortierung, verlinken wir natürlich alle Paper in den Show Notes, aber wie geht es jetzt weiter? Next steps. Oder ist fertig? Nee, es ist überhaupt gar nicht fertig und das ist auch das, also danke für die Frage, die ist wirklich wichtig. Wenn man die Herleitung sich ansieht, wo ich gesagt habe, ich glaube, es gibt keine Merkhilfe, die so ein großes wissenschaftliches Rückgrat hat, so hatte ich mich einfach ausgedrückt. Aber damit hört es ja jetzt nicht auf. Ja, es geht jetzt weiter. Wir machen eine Simulationsstudie, da sind wir gerade dabei, um die Anwenderseite nochmal zu prüfen. Wir gehen aber jetzt auch in die Praxis und haben Planen mit einzelnen Luftrettungsstandorten dort nochmal auch zu überprüfen, wie ist es denn, also in der praktischen Anwendung, so wie du das gerade genau gesagt hast, wir sind dabei, ein Lernmodul aufzusetzen, was dann auch als Open Access sozusagen von jedem genutzt werden kann. Und so geht das kontinuierlich weiter. Und ich schließe auch nicht aus, Martin, sage ich dir ganz ehrlich, dass wenn Modifikationen in der Praxisanwendung notwendig sind, dann kann es auch sein, dass wir sinnhaft 1.0, 2.0 irgendwann mal haben. Das finde ich aber nicht schlimm. Also besser so, ja, also diesen Weg zu beschreiten, als jetzt einfach reflektorisch irgendwie da was zu ändern. Und das sieht man an den anderen Merkhilfen, ist so bei R, ist so bei R, also ganz viele Modifikationen schon. Und unser Anspruch ist es halt, auch weiter wissenschaftlich zu begleiten. Das finde ich ganz fantastisch. Ich fasse zusammen. Übergabeschema, das sind wichtig. Und das Sinnhaft-Schema ist eins, das sehr spezifisch unseren Bereich der kritisch kranken und verletzten Patienten in der Notaufnahme gut abdenkt. Ich finde es sinnhaft, um ein letztes Mal diesen Gag zu spielen. Bitte um Entschuldigung dafür. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du da warst. Ich bedanke mich auch für eure Arbeit, die ihr da investiert habt und die da auch weitergeht und auch diese Motivation, da was voranzubringen. Und ich glaube wirklich, dass man da viel Gutes tun kann. Super, dass du da warst. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, die Idee habt, andere Konzepte oder wie auch immer, schickt mir alles. Ich schicke alles weiter. Das wissen die Leute vorher nicht, wenn sie zusagen, ein Video zu machen, aber jetzt ist es zu spät. Ich danke euch. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Dein Nerdfamilz. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020